Willkommen zurück zu Sonic Mania mit der Hydrocity Eigentlich ist es ja schon Sonic Mania Plus wenn man so möchte weil wir den neuen Inhalt bekommen haben vom eShop der kam gestern raus und ansonsten kam der schon vorgestern raus Oh mein Gott wo gehe ich hier eigentlich gerade lang ist man das so fun da Okay Hanant warum thank you man holy crap wo gehe ich denn labia oh mein Gott Hydrocity ich glaube ich spinne hier 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 Ich lasse mich viel zu erwischt treffen. Holy moly, wie weit denn noch? Ich lasse mich viel zu erwischt. Ich lasse mich viel zu erwischt. Das war's für heute. Okay, Zeit für den Boss. Ziemlich simpel und auch deswegen... Ziemlich simpel und ein Boss. Ziemlich! Ja! Die Musik geht ab. Und Sonic auch. Die Musik geht ab. 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 Holy crap, also hier geht es ganz schön rutsch in der Zone Und dann geht es weiter, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. auch mit tricks macht man das jetzt so mein gott ist gut jetzt thank you gott alter bis zum nächsten mal da geht es weiter mit dem ersten zone tschau